Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress die Dainese Racing 3 Lederjacke vorstellen. Das 2021er Modell, sehr schönes Ding. Gefällt mir wirklich richtig gut, auch gerade mit den roten Details, aber es gibt die natürlich auch in verschiedenen Farbausführungen, sodass ihr für euer Motorrad immer eine passende Farbkombi findet. Lasst uns sie uns mal einmal anschauen. Das hier verwendete Leder ist Tuturins Leder, was wirklich super geschmeidig ist. Das müsst ihr mir an dieser Stelle mal glauben, denn es gibt ja noch kein YouTube zum Anfassen, aber wirklich extrem hochwertig, langlebig. Das wird im Übrigen auch in anderen Jacken und Kombis verwendet, ist also quasi Daineses Standard und der ist wirklich extrem gut. Deswegen bin ich auch persönlich einfach Dainese Fan, muss man an dieser Stelle glaube ich mal einfach mal so sagen. Worauf ich aber hinaus will, ist dass es nicht nur geschmeidig ist, extrem hohe Durchdringungsfestigkeit, Abriebfestigkeit, also ihr seid damit auf der sicheren Seite. Apropos Sicherheit, damit geht es direkt weiter. Wir haben hier natürlich CE-Protektoren an Schultern und Ellenbogen, allerdings haben wir hier keinen integrierten Rückenprotektor, wie wir es teilweise bei anderen Lederjacken haben. Das hat aber, ja, oder das folgt einfach dem Dainese-Konzept, denn richtig sicher ist es nur mit Hartschalen-Rückenprotektor und ja, da gibt es den Dainese Wave 3 beispielsweise, der da eben sehr gut reinpasst und die wollen eben nicht einen weichen Rückenprotektor reinpacken, denn sie wollen, dass wir ganz explizit einen, ja, einen Hartschalen-Rückenprotektor verwenden, denn das ist nun mal die sicherste Lösung. Jacke klassischerweise natürlich nicht mit Höcker, aber eben mit Komfort, denn wir haben hier Mikro Elastrik 2.0 Einsätze, hier eben ganz oben von der Schulter, unter den Arm hindurch und eben den ganzen Rücken runter, so dass wir uns wirklich auch in gebückter Position bequem hinsetzen können und gleichzeitig beim Wiederaufrecht hinsetzen, zieht sich das alles zusammen, haben wir also kein überschüssiges Material. Wieder umgedreht den Kandidaten können wir uns noch einmal das Ganze... So, da sind wir wieder. Wir haben hier im Übrigen die nicht perforierte Variante, das heißt also, dieser Bereich ist nicht perforiert, hat keine integrierten Kühlzonen, es gibt die Ausführung eben aber auch perforiert und hier haben wir dann dafür die Lufteinlässe, insgesamt haben wir natürlich bei der perforierten Variante mehr Luftdurchsatz, aber eben hier die geschlossene Variante. Wir machen es einmal auf, zack, ihr seht ganz, ganz klassischerweise hier die Lufteinlässe, also, ja, braucht man glaube ich nicht viel sagen. Wir haben dann hier an den Seiten, ich drehe es euch dafür einmal vorsichtig, so, wir haben hier an den Seiten zwei Außentaschen, die hier auch eben in rot abgesetzt sind und greifen dann hier auch nochmal den Mikro Elastik-Einsatz auf, der eben komplett Rücken einfasst, der unter dem Arm hindurch geht und hier auch nochmal runter geht und wir haben hier natürlich im Taillenbereich auch nochmal eine Verstellmöglichkeit. Die Racing 3 gibt es in einer Herrenvariante, so wie wir sie hier haben und in einer Damenvariante, um jeweils die optimale Passform zu gewährleisten. Das war die Dianese Racing 3, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne unten in die Kommentare, dann beantworte ich sie euch gerne und schaut auch jedenfalls auf unserem Hauptkanal vorbei. Da veröffentlichen wir jede Woche drei YouTube-Videos, also gerne mal unten in die Kommentare schauen. Da findet ihr auch Instagram-Seite, wo wir natürlich auch Bilder mit dieser Jacke posten und eben mit unserem ganzen Equipment, also unbedingt vorbeischauen. Und wenn ihr die Jacke kauft, dann viel Spaß damit. Und jetzt wünsche ich euch eine gute, vor allem unfallfreie Motorrad-Zusage. Passt auf euch auf, bis dahin, ciao.